Du versuchst in drei Minuten mich zu fragen, was kommt jetzt, dann bist du für mich Idiot. Als Künstler, ein Mensch muss lernen, mit und ohne Geld den Charakter und den Enthusiasmus zu überhalten. Ich selbst, ich war zweimal Millionär und tausendmal arm, aber ich habe mich verlassen, den Enthusiasmus kundzumachen. Ich bin als Musiker eigentlich nie geboren. Ich habe Peck gehabt, meine Mama hat mir eine Gitarre geschenkt und ich war neugierig, wie das klingt. Und ich habe verbündet, Tonalität auf die Gitarre zum Tonalität zur Kunst. Wenn ich in ein Bild schaue, dann hilft mir die Gitarre als Untergrund. Und die besten Lieder kommen spontan und das dauert nicht mehr als drei Minuten. Weil die Atmosphäre ist vom Bild zu der Musik. Ich kann nicht ein Kunstwerk machen, um zu denken, die Nachbar würde kaufen. Ich mache es für mich. Und wenn die Nachbar kaufen, dann sagen sie, schlau oder dumm. Die Leute versuchen mit mir zu reden. Erklär mir das Bild. Was soll ich dir erklären? Benutze deine Augen. Erklär dir das selber. Also ich als Kunstwerk habe mein Bild so gesehen, die Käufer hat anders gesehen. Ihm gefällt wegen Tapete, mir gefällt wegen Kunst. Das ist nicht mein Problem. Kunstler sind kein Wissenschaftler. Wir empfinden nichts Neues. Aber wir können gut die Welt imitieren. Die größte Krankheit, die ein Mensch haben kann, ist Kunstler zu sein. Wenn es aber ein guter Kunstler ist, ist das beste Leben. Mehr über Kunst darf ich nicht reden. Nach so einem anstrengenden Tag habe ich mir meinen Feiern verdient. Und wo kann man den Abend hier eigentlich ausklingen lassen? Dafür habe ich mir einen Assistenten zur Seite geholt. Und wer außer Edi könnte diese anspruchsvolle Aufgabe erledigen? Er wird für mich die Kneipen in Lemgo, Detmold und Höxter testen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu ihm rüber. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg zu dir machen. Und du kannst ja schon mal anfangen. Wir sehen uns gleich. Ah ja, alles klar. Tu mir doch nächstes Mal gefallen und zieh den Rock an. Ich bin Edi, ich bin hier in Lemgo im Beat Café. Und am besten bestelle ich mir jetzt erst mal ein Bier. Astra! Lecker! Ich habe mir ein Bier bestellt. Schauen wir uns aber trotzdem noch an, was es anderes auf der Getränkekarte gibt. Dem Getränkedings. Es gibt Milch, Kuchen, heiße Schokolade, Limonade, Saft und Wasser, Cocktails, Bier, alkoholfreie Biere, Prosecco, Wein, offene Flaschen, Weinflaschen, Wermut, Rum, Spirits, Whisky und Liköre. Ich werde in dieser Sendung goldene Edis vergeben für die Qualität der Karte. Es gibt maximal fünf. Und hier werde ich glorreiche vier goldene Edis verteilen, weil es dieses wunderbare leckere Astra gibt. Das ist mein absoluter Favorit. Ich habe mir einfach mal die wundervollste Kellnerin in diesem Laden geschnappt. Nämlich? Caro. Toll. Okay. Was ist das besondere am Beat Café? Ich. Cool. Und natürlich auch unsere Aktion und dass es wundervoll schön bei uns ist. Es ist wirklich wundervoll schön. Super Deko. Super Kellnerin. Ja. Das stimmt. Fangen wir mal an. Also was habt ihr für Ausstellungen? Also wir haben immer Kunstausstellungen. Und das wechselt alle drei Monate. Und das sind halt von allen möglichen Künstlern, die das gerne möchten. Also wir hatten welche aus Bielefeld, aus Berlin glaube ich. Jetzt ist es gerade ein Laden aus Lembo. Man kann ja auch Tatort gucken. Ja. Jeden Sonntag um Viertel nach acht. Schön. Wundervollen Fernseher. In Schwarz-Weiß. Und man kann ganz toll frühstücken. Habe ich sogar schon mal gemacht. Ja. Bestimmt. Ganz günstig und ganz, ganz viel auch. Ihr habt besondere Getränke. Es gibt Astra. Das finde ich toll. Was trinkst du? Nutella-Milch. Ja. Das sieht toll aus. Es schmeckt auch. Ich danke dir Caro. Die machen hier einen riesen Fass auf. Ich gebe auf jeden Fall vier goldene Edis. Da mein Bier jetzt leider alle ist, werde ich mal gucken, was man hier auf dem Tisch noch bestellen kann. Es gibt das Speise-Dings und das Cocktail-Dings. Ich habe einen ganzen Toff Chili hinter mir, deswegen werde ich wohl was vom Cocktail-Dings bestellen. Es gibt Pina Colada, Mai Tai, Sex on the Beach, Tequila Sunrise, Swimmingpool, Cubra-Liebe und Strawberry Colada. Ich werde wohl ein Tequila Sunrise nehmen. Es ist im Endeffekt ein Sex on the Beach geworden. Schmeckt Dufte. Deswegen grandiose vier goldene Edis. Ich glaube, ich habe hier langsam so alles getestet, was man testen kann. Der Cocktail ist lecker. Die Kellnerinnen sind lecker. Das Publikum ist auch lecker. Deswegen testen wir am besten doch jetzt nochmal die Atmosphäre. Das Publikum ist auch lecker. Ja, sag ich ja. Ich werde hier bleiben und gönn mir einfach noch ein paar Pils. Danke. Schönen Abend noch. So, der kleine Edi muss jetzt ins Bettchen. Und bevor wir den Abend beenden, habe ich noch ein kleines Quiz für euch. Wenn ihr wisst, was der liebe Herr studiert, dann meldet euch bei uns. Bis dahin, Tschüssi Kowski und immer schön dreist bleiben. Ja, schaut nie aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017